Ein Geier pickt an einem toten Jungen, aber der Vogel weiß nicht, dass der Junge noch lebt. Er schlägt den Vogel und wirft ihn die Klippe hinunter. Der Junge ist verwirrt und weiß nicht, wo er sich befindet. Dann bemerkt er, dass sein Fuß gebrochen ist. Er kriecht zu einem nahegelegenen Felsvorsprung, um eine bessere Aussicht zu bekommen und sich besser orientieren zu können. Unter größten Schmerzen versucht er, mit seinem gebrochenen Fuß hinunter zu klettern. Plötzlich rutscht er ab. Er kann noch rechtzeitig einen kleinen Spalt ergreifen, aber er weiß nicht, ob er es schaffen kann. Er hängt dort viele Stunden lang, bis sein Sturm aufzieht. Die Schlucht füllt sich allmählich mit Regenwasser und er hat vor, hinunter zu springen, sobald genug Wasser da ist. Beim Hinunterspringen denkt er an seinen Vater und die Sicherheit seines Dorfes. Nachdem er tagelang bewusstlos war, wacht er endlich auf, aber sein Fuß ist noch schlimmer geworden. Er muss irgendwie einen Weg finden, ihn zu reparieren. Weil er sehr durstig ist, trinkt er die ganze Regenpfütze leer. Als er seinen Fuß untersucht, bemerkt er, wie schlimmer geworden ist. Deswegen überlegt er, wie er ihn reparieren kann. Er fasst seinen ganzen Mut zusammen und richtet den Fuß wieder gerade. Er bastelt eine Schiene aus einigen Stöcken und Leder und versucht dann zu laufen und es funktioniert.